Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Piratenfraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass in der folgenden Plenarsession am Freitag, den 29. November, eine Aktuelle Stunde stattfinden wird zu einem Thema, das wir beantragt haben. Der Norddeutsche Rundfunk und im Nachhinein auch die Rheinische Post haben berichtet, dass Gelder aus der US-amerikanischen Rüstungsforschung in Form von Drittmitteln in deutsche Universitäten geflossen sind. Für Nordrhein-Westfalen ist bekannt, dass das für die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen zutrifft, die Ruhr-Universität Bochum und die Bergische Universität in Wuppertal. Wir wollen zu diesem Thema eine Aktuelle Stunde durchführen, einfach um mal auszuloten, dass auch vor dem Hintergrund der Prism, Tempora und so weiter Affäre wir besonders deutlich und transparent machen müssen, was an unseren Hochschulen geschieht im Bereich der Drittmittelforschung. Das alles ist intransparent, insbesondere die RWTH Aachen hat Auskünfte über die Verwendung der Mittel bislang verweigert. Das ist aus steuerlichen und Gesetzgebergesichtspunkten nach unserer Auffassung nicht hinzunehmen. Deswegen freuen wir uns auf die Aktuelle Stunde am kommenden Freitag. Danke.